so ich melde mich mal ganz kurz und spontan hier aus meinem zimmer und zwar ja habe ich einfach mal spontan auf den kanal geguckt und gesehen ich habe die 1000 abonnenten geknackt und da wollte ich einfach mal spontan ein video dazu aufnehmen also erstmal herzlichsten dank dafür jetzt in den letzten tagen kam ja einiges an abonnenten dazu durch die beiden vorstellungsvideos ich werde mal schauen dass ich in den nächsten tagen wochen jetzt mal öfters ein paar videos bringe so ein bisschen regelmäßiger und um gottes willen ich habe mich ach doch nicht ich dachte ich hätte mich nicht im discord ja das ist so mein plan wie gesagt ich danke allen die jetzt hier dabei sind auch schon seit was länger dabei sind grüße gehen da auf jeden fall aus an euch ich denke mal es kommt noch mal was besonderes ja es hat weniger oder es ist jetzt weniger als abonnenten special zu sehen aber ich denke mal da wird es eine art in anführungszeichen meet and greet geben mit irvine vorstellung also dass ihr dann live meine wenigkeit sehen könnt und den irvine gleichzeitig mit antesten könnt dazu wird aber noch mal ein separates video folgen ebenfalls kommt noch zum iweco crossway le ein weiteres video das werde ich in den nächsten tagen dann noch drehen das wird dann zur schnellbus version kommen also da gibt es dann halt eben noch eine version mit le sitzen le ist auch gottes willen es ist zu spät mit überland sitzen und wie heißt tfc monitor die werde ich dann auch vorstellen und großer klima die wird auch noch kommen dazu wird es auch noch ein video geben wahrscheinlich etwa mitte der woche und ja sonst falls ihr wünsche habt ideen habt was ich noch so bringen könnte dann schreibt mir das gerne in die kommentare ich freue mich über jeden kommentar sonst war es das von meiner seite ich habe nicht mehr viel zu sagen sonst noch mal vielen vielen dank für diese unfassbar immense zahl 1000 abonnenten das ist schon ich finde schon ein ziemlich am einstein und ja auf weitere tausend auf weitere hoffentlich gut geklickte videos also dass ihr euch hoffentlich gefallen und so ihr wisst bescheid ja das war's von mir zu der späten uhrzeit und man sieht sich tschüss